Stellt euch vor, ihr seht eine Person, die bedenkenlos Müll auf die Straße wirft. Viele Menschen fänden es gut, dieses Verhalten dann direkt bewerten zu können. Diese Art von Bewertung von sozialem Verhalten nennt man Social Scoring. Bekannt ist diese Art von individuellen Ratings bislang aus dem Finanzbereich und online bei Bewertungen von Produkten und Dienstleistungen. Diese sind bereits eine Art Währung geworden. Beim Social Scoring wird diese Idee auf soziales Verhalten übertragen. Dabei werden Daten über Handlungen von Personen erfasst und ausgewertet. Dieses Social Scoring System wird es ab 2020 in Peking geben. Dabei werden Informationen aus vielen Bereichen analysiert, etwa das Nichtbezahlen von Rechnungen oder Handeln abseits der Norm. Das Ziel dabei, ein besser reguliertes Verhalten der BürgerInnen. Die damit generierten Punktebewertungen haben Auswirkungen darauf, wo man einkaufen darf, ob man mit bestimmten Verkehrsmitteln reisen darf und ob man einen bestimmten Arbeitsplatz erhält. Oder eben auch nicht. Eine rücksichtsvolle Gesellschaft wäre ein gutes Ziel. Doch Social Scoring hat auch Schattenseiten. Die Daten könnten in die falschen Hände geraten. Am Ende bleibt die Frage, ob wir das Sammeln und Sanktionieren von alltäglichem Verhalten wollen und moralisch vertretbar finden. Die Daten könnten in die falschen Hände geraten. Daher können in die falschen Hände geraten. Die Daten könnten in die falschen Hände geraten. Das Ausladen könnte in die falschen Hände geraten.